Willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Wir müssen nun den Bus nehmen und treffen uns mit Chloe zum Frühstücken. Auf geht's! Hä, haben wir doch jetzt nicht den Bus genommen. Ah, doch, jetzt. Moin. 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 Ja, Chloe wieder am Parken. Ah, ne, doch nicht. Das ist ja gar nicht ihr. Ich bin gerade ausgestiegen, aber das war ja nicht der normale Bus, oder? Das war doch nur so ein Transporter von der Akademie. Ja, eben. Toi, toi, toi. Oh, mit ihm können wir auch hier sprechen. Ich bin ein Chitchat. Ich bin ein Millionär. Ja. Ich habe mein Latterticket hier. Ich warte auf den Bus, damit ich es in kann. Okay. Okay, dann, äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Oh, oh. Was bist du denn so aggressiv? Hör mal. Äh, wir haben eine Nachricht bekommen. Von Chloe. Das hoffe ich. Mama fütter dich, äh, spät dran. Schnapp dir einen Tisch im Diner. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Okay, sie verspätet sich. Dann, hi. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns umzuschauen. Vielleicht finden wir ja hier noch was Tolles. Aha, okay, ist begrenzt. Hopp, 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 hopp. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes? Okay. Oh, Toggi! Oh, Toggi! Was geht? Oh, Toggi! Oh, Toggi! Hm. Von hinten kommen wir auch nicht ran, oder? Nein. Okay, was machst du denn? Du verkaufst uns Fische, oder was? Flyer? Erhalte das Herzblut von der Kaidia Bay. Er rettet die Burg. Beendet die menschgemachte Dürre in der Burg. Das von dem Fischer, das ist doch super. So, mein Freund. Guten Morgen. Sieht so, wie du bereit bist, zu etwas sehres Fisch. Ich wünsche, junge Frau. Arcadia Bay ist einfach nicht die gleiche Fischstadt, in der ich in gewohnt bin. Hat sich die Stadt verändert? Hat die Stadt verändert? Von Neptun's Beard hat sie es. Sieht so, als ich ein Leben vorhin war, als ich der König des Harbors. Sie haben sich gut gehalten. Ihr eigenes Boot, bis später ihr eigenes Boot. Ihr habt ihr eigenes Boot? Ich kenne sie die Bali-Hai. Ich habe sie in diesen leeren Tagen gehalten. Es könnte sein, dass wir alle Zeit verlassen haben. Ich dachte, eine von Arcadia Bay's Hauptexporten war Fisch. Oh, die Fisch war mir auf mein Boot. Bis die Prescotts und ihre Finanzfienden die Harbors-Riefe verhielten. Die Prescotts haben viel Kraft. Sie können die Stadt Prescot Bay nennen. Ja, können sich alles erlauben. Denen gehört meine Schule. Bis später kennen sie sie. Okay, Stinker. Wir sehen uns. Äh, was ist mit der Straße? Da können wir wahrscheinlich auch nicht rüber, ne? Nein. Ich muss auch mal gucken, ob wir irgendwie was von der Entfernung... Ja, ist doch gut. Boah, willst du wissen, was du willst? Hör mal. Mann. Wetterdienste von Schnee über Rumpel. In einem seltenen Eigenständnis hat der Nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzfristigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Ja gut, aber das sind ja eigentlich Hinweise, ne? Normalerweise müssten die das doch wissen. Äh, der Schnee war komisch. Ja, das ist echt fürchterlich, ne? Mhm, 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 mhm. Äh, Rachel Amber. Ah, komischer Zeitgenosse. Äh, Obdachlose. Oh. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ja, machen wir mal. Prescott. Arcadia Bay. 1.000 Jahre. Ich habe es aber schon verdammt alt. Welche Veränderung? Was verändert sich in der Stadt? Es dauert ein Leben, um es zu sehen. Es gibt viel Schönheit hier, aber viel Schmerz auch. Die schuldige Basterde, die diese Stadt verhören, die Menschen aus der Arbeit bringen. Aus dem Haus. Wie ich. Ich bin sorry. Haben Sie früher hier leben? Wohin? Ähm. Ähm. Das ist richtig. David, ja. Kann ich noch mal mit dir? Okay, machen wir. Müll. Ein Toaster. Ah, okay. Ich finde jetzt hier ein Foto. Ein Sneaky Pickler. Wo ist das da? Ah, guck mal. Das ist doch jetzt direkt auch hier. Ich wollte noch eben kurz hier. Aber hier war auch nichts. Nein. Hop, 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 hop. Äh, da ist es doch. Aber ich kann kein Foto machen. Aha, okay, warte. So. Kommst du auf die Perspektive an? Alles klar. So, was ist als nächstes? Fire Walk With Me. Wo könnte das denn? Fire Walk With Me. 1, 4, 2. Das müsste eine Wand sein. Eine Hauswand oder sowas. Ich glaube nicht, dass das jetzt auch noch hier ist, oder? Schauen wir mal kurz um die Ecke. Ob das vielleicht an der Wand war. Nein. Da auch. Okay, dann kommt das auf jeden Fall später. Jetzt muss ich noch gucken, wo irgendwas mit Fire ist. Ah, hier sind natürlich auch die Poser. Ja, ist ja schön, dass die mit jeder hier sprechen kann. Ja, die Tiere verziehen sich schon. Hallo. Ich muss los. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo. Ja, dann sei doch auch ruhig. Hallo. Hallo. Alles im Blick. Das ist korrekt. Äh, dies ist unerüblich. Welches Fenster? Hm? Okay. Alles gut. Ah, hier haben wir auch noch welche. Justin! Hey, was geht's, Justin? Ich habe meinen Kaffee auf, bevor ich die Klasse klasse und zerstörte ein paar Räume. Wolltest du nicht Fotos nehmen? Das ist korrekt. Das tue ich. Ich nehme immer Fotos. Ich bin eine Kamera. Du hast mich aufgelöst, Max. Natürlich bin ich aufgelöst. Es ist alles auf alles. Du solltest studieren, Schatz. So, wo ist all deine Arbeit, Schuhe, Frau? Schuhe? Speaking of Buds, ich sah deinen Bruder Trevor aus Dana's room. Trevor hat mir endlich erzählt, dass er und Dana zusammenhängt. Er hat dort erst getroffen, also ich schnauze und ich verletze. Bis zum nächsten Mal, Max. Äh, wer warst du noch mal? Trevor. 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 Hallo, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin, because, well, he was in there too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Aber der sitzt direkt in... Bis später. Nische. Also hier ist ein... Foto? Foto? Äh, Gitarren... Button show nicht, ne? Whoa, can Keezy with Joyce? That's so perfect. Für Joyce. Die beste Burger und wundervollste Atmosphäre in Auric. Die besten. Die beste Burger, ja. Auf bald. Ja, sie ist die beste Burger. Weißer Störgefangen von Dick, Steiger Burger, Königs Lachs, alles klar. Sind aber auch wirklich nicht viele, ne? So, so drei Fotos. Also, wir... Ja, ja, ja. Ne. Hm, was nehm ich denn gleich? Okay, dann nehmen wir alles. So, wir haben dich noch. Bisschen. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the, uh, Two Whales. I can never decide. Joyce's Pumpkin Pie or grilled mac and cheese. Äh, David? I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Nur neugierig. Er hat einen Ruf. Er hat einen Ruf. He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy, David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Äh, Chloe... Ja, aber was... How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our... Our mother. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Ah, schon bekannter, wa? Joyce, just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Kein gutes Zeichen. Wer hat ihn das... Ja, wer hat ihn das erzählt? Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said that we belong to Chloe's friend, but... I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody. As if I would. I just tell the loser to stay the hell away from Chloe. Or else. Just kidding. Besides, David Madsen is watching over. Is she a friend of yours? Ich kenne sie. I know her. Then you know she's a handful. Das kann sie sein. She can be, but she can also be a good friend, who shows up when you meet her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Why is policy? The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Okay. Ja, dann wissen wir doch, was wir uns nachher genauer anschauen. Nicht wahr? Ja, dann wissen wir doch, was wir uns nachher genauer anschauen. John St 여자 ... ... ... ... ... Vielen Dank.